Hallo, wir arbeiten beide bei der Kreislandwerkschaft Region Karlsruhe und wir wollen uns heute kurz vorstellen. Also ich heiße Paulina Jaworska, ich bin 21 Jahre alt und ich bin die Kraftrutsche und Kraftcafé-Projektleiterin und ich bin schon seit Januar hier bei der KH. Ich bin eine Erasmus- Studentin, ich komme ursprünglich aus Polen, aber ich wohne schon seit langem in Irland, bin jetzt hier. Und in meiner Freizeit, ich male und zeichne gerne, ich verbringe viel Zeit mit meinen Freunden, ich lerne sehr gerne Sprachen und ich habe viel zu tun mit internationalen Studierenden als die Vizepräsidentin der Erasmus Student Network hier in Karlsruhe und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Selina. Ja, hi, ich bin Selina, bin seit knapp zwei Wochen jetzt hier bei der Kassahandwerkerschaft Karlsruhe, mache hier meine Ausbildung als KV für Büromanagement und werde Paulina im Bereich Social Media unterstützen. Bei Fragen könnt ihr euch gerne an uns wenden. Ciao!